Ich bin natürlich gerne ein Teil von der Kampagne, weil es mir einfach wirklich am Herzen liegt, dass wir uns jetzt noch mit der Maske die Zeit durchziehen, um dass wir uns die Neuansteckungen wirklich so klar wie möglich halten und ich habe das Glück gehabt, die letzten Jahre von meinem Sport viel die Welt zu bereisen und eben in die asiatischen Länder ist das gang und gäbe, dass man sich mit der Maske vor dem Haus bewegt. Es zeichnet, das soll ein Smiley sein, ein Lächeln sein, auch wenn wir die Masken erhoben, ist es wichtig, dass man das Lächeln nicht verlernt und das ist wichtig, wenn man unter der Maske kommt und erterlachen und deswegen ist das Zeichen eigentlich ein Lächeln und vor allem in der Zeit, dass man das Lachen nicht verlernt anzieht. Wir sind wieder auf einem guten Weg und das ist wichtig und ja, halten wir nur durch die gewisse Zeit und nachher ist alles okay. Bis zum nächsten Mal.